ja da läuft er wieder und baut ihm vorbeigehen und will doch ein stein im wald also ja hier liegen steine rum dass du dir kein werk zurückholst so du hast weizen dass das haus fertig ist fertig wird so erstes zweifamilienhaus ist fertig und so als nächstes wird das andere zweifamilienhaus gebaut so wenn wir darauf warten dass unser müller endlich zum bäcker wird so es ist aber wirklich zeit dass die damen des neuen hauses nahrung beibringen denn um unsere nahrungsversorgung zu gewährleisten brauchen wir doch mindestens zwei kinder eigentlich drei weil wir noch ein bauarbeiter brauchen du suchst gesellschaft such lieber nahrung du sollst jedoch kochen und nicht essen das ist es es ist es es ist es es ist es es ist es Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ein Zwei-Familien-Haus für den Bäcker So, Priorität hat die Bäckerei, bitte Ist das dein Ernst, du stehst immer noch vor dem Jägerzentrum, anstatt dass du endlich dich mal bewegst und Essen kochst? Also ja, am Anfang ist das echt schlimm Ja, am Anfang ist das echt schlimm Ja, am Anfang ist das echt schlimm Ach, jetzt fällt dir mal ein, dass man Gesellschaft bräuchte Ach, puh Du hör doch auch, die Nahrung auszulagern Du musst das Leder auslagern Das ist Nahrungsverschwendung Wollte kochen? Ja, kannst du nicht, du hast kein Haus Ja, kannst du nicht, du hast Untertitelung des ZDF, 2020 Du beweg dich mal weg Und du hör auf die ganze Zeit vor dem Busch rumzustehen Nimm endlich die Bären So, wie lange kann ich ihn noch davon abhalten Weiter Zeit zu verschwenden Ja 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 Fische gibt's noch ein paar Ja Gott sei Dank Dass man schnell eine Bäckerei hat, weil der Jäger einfach irgendwann scheiße baut Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020